Servus, ich bin der Markus. Ich bin tätig im Bereich Transportbeton und Kies als Fahrer. Wir laden jetzt Beton auf die Baustelle nach Eddenheim und los geht's. Mein Beruf ist abwechslungsreich, ich bin sehr viel an der frischen Luft und hab viel Spaß bei der Arbeit. Bewerb dich jetzt! Uhl, da steh ich drauf. www.uhl.de